Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, mein Name ist Jenny. In diesem Video möchte ich euch etwas über den Weg der Atemluft in unserem Körper erzählen. Wie ihr wisst, atmen wir ständig Luft ein und wieder aus. Aber was passiert eigentlich mit der Luft, die wir einatmen? Wohin geht sie? Und was ist Luft überhaupt? Am Ende dieses Videos werdet ihr diese Fragen bestimmt selbst beantworten können und über die Luft und ihren Weg Bescheid wissen. Wir brauchen Luft zum Atmen. Aber was ist Luft überhaupt? Luft ist ein Gemisch aus verschiedenen farblosen Gasen. Sie besteht hauptsächlich aus... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.